Mein Name ist Jürgen Einziedl. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für pharmazeutische Chemie der Universität Langen-Nürnberg. Ich bin studierter Pharmazeut und abprobierter Apotheker und ich habe mich in meiner Doktorarbeit auf die Synthese von neuen Arzneistoffen spezialisiert. Wie Sie sehen, bin ich an der Uni geblieben, bin also hier weiter auch forschend tätig und kümmere mich zusätzlich aber auch noch um die Ausbildung von Studierenden und Promovierenden, also Leuten, die in unserer Arbeitsgruppe eine Doktorarbeit anfertigen. Also wir synthetisieren unterschiedliche organische Moleküle mit dem Ziel, neue Arzneistoffe zu entwickeln. Diese Synthesen funktionieren manchmal gut, manchmal funktionieren sie schlechter. Es können auch Nebenprodukte entstehen und diese Nebenprodukte verunreinigen dann das Hauptprodukt und dafür verwenden wir dann sehr sehr oft präparative HPLC, um diese Nebenprodukte loszuwerten. Die gereinigten Stoffe ihrerseits können dann sehr rasch bei uns im Haus in unserer biologischen Abteilung auf ihre Wirkung hin untersucht werden. Also hauptsächlich natürlich eben diese Fraktionen aus der HPLC, die in großer Menge anfallen. Das sind in der Regel Wassermethanol- oder Wasseracetonitril-Mischungen, die wir eben schonend loswerden wollen. Aber es sind auch schwerflüchtige Lösungsmittel wie DMF oder DMSO und zusätzlich ist es auch natürlich noch möglich, eben aus bestimmten Proben die letzten Reste an Lösungsmitteln noch herauszuziehen. Ja, die Gefriertrocknung ist im Prinzip ein Verfahren, bei dem diese Lösungsmittel vereist werden und dann sehr sehr schonender Vorgang, der es auch erlaubt, dass die Arzneistoffe dann zumindest meistens als sehr schöne Pulver anfallen. Also ich habe mich für den L250 entschieden, weil Hüchi ist Hersteller mit sehr hohem Renommee, die machen also wirklich gute Geräte, die sehr lange halten. Das ist wichtig. Natürlich die technischen Spezifikationen. Einerseits klar, die Robustheit, die Chemikalienbeständigkeit. Dann kommt aber auch noch dazu, dass die Geräte sehr einfach zu bedienen sind, also nicht irgendwie erstmal eine komplizierte Software erlernt werden muss. Ja, und dann als weiterer Aspekt eben noch, die Anlagen sind sehr energiesparend, sehr effektiv, weil der Nachhaltigkeitsaspekt ist natürlich auch nochmal wichtig und wird auch immer noch wichtiger. Aber was auch wichtig ist, dass natürlich der Kontakt zu Hüchi sehr gut ist. Das heißt also man hat einen persönlichen Betreuer und Berater, ist ein sehr gutes Verkaufspersonal, die einen auch nichts aufschwatzen wollen, die also wirklich einer guten Kundenbindung interessiert sind, auch einer echten Partnerschaft mit der Universität. Und das schätze ich sehr an der Firma.